Hallo zusammen! Für mich geht es heute auf die Quad-Tour bzw. ich bin jetzt gerade schon wieder gekommen. Da ich aber so aufgeregt war heute Morgen, habe ich vergessen zu filmen. Ich habe aber währenddessen ein bisschen filmen können, nachdem ich mit der Powerbank meine kleine Kamera aufgefüllt habe, weil ich die große nicht mitnehmen wollte, weil ich die erstens nicht befestigen konnte und das so schwer war. Ich will nicht zu viel vorgreifen, ich zeige euch jetzt einfach ein paar Ausschnitte und währenddessen habe ich auf jeden Fall ein bisschen erzählt über die Tour und werde im Anschluss noch ein bisschen was dazu sagen. Also für die Zukunft ... Und jetzt werden wir noch ein paar Mal sehen. Bis zum nächsten Mal. 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 So Spaß, es macht so Spaß so schnell zu fahren und über die Bumpings und sowas ist so geil, so geil. So, can we make a fast drive again? Yeah, sure. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.